Sura 24 Vers 11, Entschuldigung. Oh, Sura 24 Vers 11, okay. So, was macht an? Ja, mach mal, lies mal. Okay, Tate. Lies langsam, lies langsam damit. Ich will, dass die Leute das unten hören. Lies langsam. Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, ungeheuerliche Lüge betont, sind eine gewisse Schar von euch. Was, was, von was, von wen, von wen sind die? Sind eine gewisse Schar von euch. Also Schar heißt so Menschenmengengruppe. Also eine Gruppe von euch, von wem aber? Von wem ist die Gruppe? Lass mich raus, bin ich jetzt kassiert? Okay. Lies Werte, lies Werte. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Und jetzt möchte Seth sagen, damit habe ich mir das eigene Bein geschossen. Leute, guck mal, lest diese Verse selber einfach. Lasst euch nicht... Okay, bist du fertig? Schau mal. Jetzt, guck mal, subhanallah, du bist so verblendet. Ich mag dich, ich meine das nicht. Ich meine damit, du hast nicht gelesen, was hiermit gemeint ist. Also was ist überhaupt der Kontext dieser Sure? Der Kontext dieser Sure ist, dass Aisha hier Sinna vorgebracht wurde und dass Allah hier Aisha von Sinna freispricht. So, ja, tamam. Aber jetzt, was passiert hier? Allah hat nur Aisha Sinna freigesprochen. Er hat nicht gesagt, sie ist eine gute Frau oder was weiß ich. Aber jetzt kommt das Wichtige hier an dieser Thematik. Wer waren denn diese Leute, die gesagt haben, dass Aisha Sinna gemacht hat? Wer waren diese Leute? Waren die Schiiten das? Waren wir das damals? Dann müssen wir zur Zeit des Propheten gelebt haben. So, hier steht im Koran, dass es eine Gruppe von euch war. Ich frage dich, lieber Berkay, eine Gruppe von euch. Wen meint Allah damit eine Gruppe von euch im Koran, wenn er spricht eine Gruppe von euch? Okay, sag das Tafsir, Gilata. Also damit können auch die Menschen gemeint sein, die Menschen. Aber ich würde mir nochmal den Tafsir durchlesen, bevor ich jetzt aus meinen Gruppen leise. So, jetzt bringe ich dir den Tafsir von Atabari. Mein süßer Berkay. Ich liebe es. Ja. Guck, und das ist für mich ein Geschenk an dich, welche deiner Sahabi, Aisha Sinna vorgeworfen haben, auf die du Radiallahu Anhu sagst und die deine Mutter Aisha gesagt haben, dass die eine Saniya wäre. Ich packe das hier in Dings. Weiß was, ich schließe den Tafsir selber. Ich brauche den Tafsir. Hier, hier. Ich habe dir doch geschickt, Jamil Bayan, für Tafsir und Koran. Ich schließe selber von Ibn Kassir, warte. Guck mal, ich bringe dir von Tabari laut Ibn Taymiyaz Tabari beste Hadith. Äh, beste Tafsir. Okay, ich kann schon erwarten. Gib mir kurz eine Mutter. Ich habe dir doch den geschickt. Du musst nur noch vorlesen. Lies doch einfach den Tafsir von Tabari. Sag mir nur, lieber Bruder, warum du den Tafsir von Tabari nicht lesen möchtest. Wer ist doch gerade da? Ich lese den lieber von Ibn Taymiyaz. Das ist auf jemanden, auf den ihr euch beobachtet. Natürlich, Tabari ist auch. Aber warum nimmst du den jetzt nicht von Tabari? Okay, warte, ich bringe dir einen anderen. Muss ich den von Tabari nehmen? Nein, ich bringe den von Kurtobi. Gib mir mal einen Grund, warum du den von Tabari nicht nehmen willst. Ich sage dir, warum. Ich habe den von Tabari nicht. Nein, weißt du, warum? Weißt du, warum, Dariush? Weil Tabari sagt, Tabari und Kurtobi sagen, wer diese Personen waren, die Aisha sind hervorgeworfen. Und die Person, hör zu, Bruder, hör zu, Bruder, die Personen, die Aisha sind hervorgeworfen, auf die sagen die Radiallahu anhu. Und dieser eine, unter dem ist dieser Hassan ibn Sabit, gib den mal bei Google ein. Gib mal einen alle, den Sahabi Hassan ibn Sabit, auf den, die sagen Radiallahu anhu. Und der hat ihrer Mutter Aisha vorgeworfen, dass sie eine Sanya wäre. Das ist doch eigentlich eine schlüssige Argumentation, Becker, oder? Und lasst mich den Test hier erstmal lesen, wir haben mit euch gemeint, das ist ganz witzig. Ich habe ihn doch geschickt hier. Moment, wir lesen. Ich lese doch meine eigenen Quellen. Ich lese, alles klar. So, ich lese vor, was ich hier gesehen habe. Also Tabari ist für dich keine gute Quelle. Warte, Bruder, ganz kurz. Also Ibn Jurel berichtet, dass Abdullah ibn Abbas sagte, diejenigen, welche über Aisha die Lüge vorgebracht haben, sind Abdullah ibn Ubey, der Hauptschuldige, Hassan ibn Sabit, Mister und Himna bint Jash. Jami ul Bayan für Tafsirat Koran, Seite 117. So, Kurtubi sagt jetzt, und das, was berichtet wird, beweist, dass Hassan ibn Sabit ebenso einer von denen war, die den Hauptanteil daran auf sich genommen haben und Gott weiß es am besten. So, das ist der Tafsir laut der sogenannten Ahl-Sunnau al-Jamaa. Und wer ist Hassan ibn Sabit? Ich schwöre bei Allah, Dariyush, die sprechen auf diesen Typen, radiallahu anhu, und die sagen, das war ein Dichter des Propheten, der hat Gedichte gelesen für den Propheten. So, jetzt, aber wieso liest ihr das? Ihr sagt zu unschädigen Aisha, aber einer hat über Aisha beleidigt. Der Koran sagt, der Typ lügt und ihr sprecht trotzdem auf den Radiallahu anhu. So, das muss jetzt einer hier erklären. Oder du sagst, die Schiiten waren das. Du kannst auch natürlich sagen, die Schiiten waren das. Dann ist aber die nächste Frage, wieso der Prophet uns nicht bekämpft hat und uns es schon zu Zeiten das Propheten gegeben hat. Also, aus dieser Sache, Berkay, kommst du nie wieder hier raus. Also, ich hole auch eine Oma hier hoch. Aus dieser Dings kommst du nie raus hier, Bruder. Tabari, Tabari, war ein Historiker, hat alles zusammengefasst. Das ist gar kein Indiz. Was ich jetzt sogar für einen Scheiß habe. Also, ich sage dir, warum. Nee, komm, komm. Nein, nein, nein. Nein, bin doch bei ihm in Tremia. Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Erstens, Bruder, das ist nicht Taricho Tabari, sondern das ist der Tafsir von Tabari. In Taricho Tabari stehen viele Dinge, er hat alles gesammelt. Das stimmt. Aber nicht in seinem Tafsir. Sein Tafsir, du sagst immer Ibn Taymiyya, Ibn Taymiyya, Ibn Taymiyya. Das ist dein Schech und Islam, nicht meiner. Deswegen, ich nenne ihn Ibn Taymiyya und du kannst froh sein, dass ich keinen Land auf ihn mache wegen dir, weil ich dich mag. Deswegen, ich sage nur Ibn Taymiyya. Ibn Taymiyya sagt, dass der beste Tafsir der Ahl-Sunnah von Tabari ist und er lobt diesen Hadith, er lobt den Tafsir von Tabari. Bruder, aber ich sage doch, wir machen es doch ganz einfach. Warum flüchten wir immer vor Ibn Taymiyya? Lassen wir doch Ibn Taymiyya die Sache sprechen, was du da sagst. Er hat ganz klar die ganze Sache widerlegt. Ihr wollt immer andere gelernt, aber ihr wisst ganz genau, wer Ibn Taymiyya ist. Warum will keiner über Ibn Taymiyya reden? Verstehst du das nicht, Bruder, was ich dir nochmal sage? Hör mir doch mal bitte zu. Okay, ich höre dir zu. Du redest von dem Tarih und Tabari. Ich habe dir nicht den Tarih und Tabari gebracht, ich habe dir den Tafsir von Tabari gebracht. Laut Ibn Taymiyya ist der beste Tafsir der sogenannten Ahl-Sunnah von Tabari. Verstehst du das? Er lobt den Tafsir. Er sagt, das ist der beste Tafsir, den wir haben. Und in diesem Tafsir... Meshe, Habibi, jetzt erst mal, Bruder, dass ich da richtig drauf reingehen kann, Elias, Bruder, pink doch mal bitte von Sunnah und komm, halte ich es an, damit ich da reingehen kann, damit ich die Tafsir rausholen kann. Ich warte doch die ganze Zeit darauf. Das ist so geil. Was soll ich dir denn jetzt bringen hier? Das mit den Hörnern, was du gesagt hast, weil die App ist doch... Wir sind doch gerade jetzt schon bei diesem anderen Punkt. Lass uns das Stück für Stück wir springen die ganze Zeit. Wir springen einmal in den Händen her. Wo sind wir? Wo sind wir? Sag mir, wo sind wir? Also, guck. Wir sind bei dem Tafsir von Tabari. Da sind wir. Na ja, und dass Aisha Sinna vorgeworfen wurde und wer waren diese Leute, die Aisha Sinna vorgeworfen haben? Ibn Taymiyyah sagt, das waren die Schiiten. Ibn Taymiyyah sagt, das waren Schiiten. Genau. Ja, Bruder, aber dann ist wieder... Guck, Bruder. Wenn das die Schiiten gewesen sind, die Aisha Sinna vorgeworfen haben, okay, dann hat es uns schon zu Zeiten des Propheten gegeben, weil diese Eier wurde herabgesandt, als der Prophet noch am Leben war. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Können wir den Punkt beantworten? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Dann machen wir ein bisschen Krat und ich antworte auf den ersten Punkt und dann machst du den zweiten Punkt und dann machst du den dritten Punkt. Okay, dann... Es hat uns schon... Also laut dir angeblich... Genau. Nein, es gab... Es gab die Haware schon damals und die Ibn Taymiyyah und die Ibn Taymiyyah betitelt die als die Rawaf. Das ist ja ganz klar. Das sagt die Ibn Taymiyyah selber. Okay. Okay, das kann nicht stimmen. Das ist ja auch unbeledigt. Ich sage dir, nein, ich sage dir, warum das nicht stimmen kann. Es kann nicht stimmen, weil der Koran sagt, es ist eine Gruppe von euch. Das heißt, eine Gruppe von den As... Sahaba von den As... Also, man, die Schiiten unter den Sahaba. Lüge, Lüge, Lüge. Da steht nirgendwo... Lüge, das ist eine Lüge jetzt. Was ist eine Lüge? Was ist eine Lüge? Du hast gerade einfach einen eigenen Tefsil gemacht. Was ist eine Lüge? Was ist eine Lüge? Du hast gerade einfach einen eigenen Tefsil gemacht, das mit euch einfach die Sahaba gemeint sind. Hä? Okay, dann lesen wir nochmal. Wir lesen nochmal. Wir lesen nochmal den Tefsil. Wir lesen nochmal. Wir lesen nochmal. Dann seid du wenigstens ehrlich bei deiner Argumentation. Guck mal, wenn ich nicht weiß, ich sag auch, ich lese, gucke... Ich bin ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Ich versuch nicht, mich rauszureden. Ich lese einfach... Aber du versuchst dich nicht. Wärst du ehrlich, wärst du ehrlich, dann wärst du schon lange Schiit. Nein, 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 nein. Du bist nicht ehrlich. Das stimmt gar nicht. Wenn ich unerlich, dann würde ich jetzt einfach irgendwas blöpfen und sagen, das ist unauthentisch, dies, das ist irgendwas. Aber nein, ich lese mir das durch. Sei doch auch ehrlich. Wo steht das Sahaba? Hä? Ich sage dir, wo das Sahaba drinsteht. Warte mal. Hier. Warte, wir lesen nochmal den Vers. Hier. So, in dem Koran versteht, diejenigen, die die Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Gruppe von euch. Okay. Okay. Und zu welcher Zeit wurde dieser Vers herabgesandt? Egal, ob das ein amerikanischer Vers, ein medienländischer Vers, das ist egal, weil wo steht das Sahaba? Hä? Was ist denn der Prophet? Also, zu wen spricht hier Allah? Zu wen spricht hier Allah? Zu wen spricht hier Allah? Zu der Umma. Zu der Umma von wem? Von Mohammed? Also, ist mit euch immer das Sahaba? Nein. Hör mal zu. Zu wen spricht hier Allah? Na, guck mal, jetzt machst du deine eigene Tatsache. Zu wen spricht hier Allah? Zu wen spricht hier Allah? Nein, nein, guck mal, bei dem anderen Vers hast du eine Tatsache. Antwort mir. Zu wen spricht hier Allah? Zu wen spricht Allah? Ja, ich schreibe dich doch. Antwort doch mal die Frage. Zu wen spricht Allah hier, indem er sagt, diejenigen, die eine Lüge vorgebracht haben? Zu wen spricht er hier? Zu denen, die Menschen, die diese Lüge halt gesagt haben. Also, ungläubig gelesen den Koran. Also, er hat es für die Kuffar. Also, du sagst, Allah hat hier die Kuffar damit angesprochen. Also, Götzendina, Muschikin. Hey, warte mal. Ich verstehe gerade echt nicht. Warte, 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 warte. Berger, Berger, lies mal die Eier, eins davor und eins danach, ja. Und lies hier mal Dinger durch, dann wissen wir ganz genau, was damit gemeint ist, bevor wir getrimmelt werden. Ich bin noch beim Ölwechsel, Bruder. Ich guck mal. Ey, warte, das ist auch ein Film, ja. Okay. Weil ich habe das oft mit dir gemacht. Da habe ich eine Eier davor gewiesen, danach, da war alles klar. Lies immer so, das ist der Trick. Spanallah, okay. Und ohne die Hult Allahs gegen euch und seine Barmherstigkeiten, dass Allah Reue annehmet und allweise wäre. Diejenigen, die eine ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schal von euch. Meint nicht, er sei schlecht für euch. Nein. Vielmehr ist es gut für euch. Jedermann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat. Und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Hätten doch, als ihr es hörte, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt haben. Was hast du gerade gelesen? Eine ungeheuerliche Lüge. Hä? Was hast du gerade gelesen? Die gläubigen was, Berkay? Ja, die gläubigen Frauen und Männer. Also waren das Muslime, die das gesagt haben. Hä? Hä, what? Ich check dein... Berkay, Berkay, Berkay. Ich check dein Kriaf. Fing das da oben an. Der checkt das nicht. Der checkt das nicht. Ey, ihr seid so peinlich. Ey, Berkay, wen hat dir Gott jetzt angesprochen? Berkay, eine Frau. Wen hat Gott dir angesprochen? So, wir lesen nochmal. Nein, wen hat Gott dir angesprochen? Tai, warte, wir lesen nochmal. Wir fragen jetzt alle hier, damit das alle verstehen. Du bist selber verunsichert, Berkay. Du bist selber verunsichert. Sonst würdest du einfach ganz klar heraus die Antwort auf die Frage geben, wen Allah dort angesprochen hat. Guck mal, nein, nein, nein. Guck mal, erstens, hier wird gesagt, es ist eine gewisse Schaf von euch. Wer sagt, dass mit diesem Vers nur diese Leute angesprochen sind? Aber du hast doch gerade noch den Vers davor gelesen. Lies sie davon nochmal. Hier steht nur, und ohne die Hut Allah gegen euch und seine Barmherzigkeit und dass Allah Reue annehmet und allweise wäre. Und jetzt, du lest es weiter? Lies mal weiter wieder. Ja, dann kommt der gleiche Vers, den schon dran. Okay, und dann lies mal einen Satz danach. Lies mal gerade, was du gelesen hast. Lies mal mit dir die Verse, Janine. Ich habe echt genug gelesen. Lies doch einfach mal weiter, Berkay. Berkay, flüchte doch nicht. Du kannst so gut lesen. Ich genieße das dir zuzünden beim Lesen. Ich lese, ich lese, ich lese gleich voll. Nein, 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 lass doch Berkay lesen. Lass Berkay mal wieder lesen. Also, ich bin da, ich sag das nochmal, damit du das verstehst. Guck mal, hör mal zu. Guck mal, ey, das muss doch ein Behinderter verstehen jetzt. Diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schaf von euch. Meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Jeder Mann von ihnen wird zuteil, was er an Sünde erworben hat und wird für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es eine gewaltige Strafe geben. Hätten doch, als ihr hörtet, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist eine deutliche und eine ungeheuerliche Lüge